Ich sehe gerade, da ist ein wunderbarer Herr, der verkauft Glühwein mitten in der Altstadt, hier in der Getreidegasse. Aber nicht schwarz. Natürlich. Du, aber uns privat verkaufen kannst. Wir kaufen trotzdem. Ja, passt. Weil jeder muss ein Haustür verkauft, was du willst. Ja, hat er mir jetzt nicht in der Stadt. Ja, aber ungewöhnliche Zeit. Noch ungewöhnliches Wunderschmack. Das ist neu. Ich hab da drin's Café. Das ist nur die Idee. Das grüßt du schon jetzt. Gescheit. Eigentlich hab ich meinen Porten heute dekoriert. Ich bin deinem Bruch dort. Ja, mit deinem eigenen Bruch. All das machen kann hits. Ich weiße. Aber zum Beispiel